Sie kommen aus einer anderen Zeit, um bei dir zu wohnen. Sie sind die Aquadragons aus der Jura-Zeit. Lass deine eigenen Jura-Haustiere ausschlüpfen. Nimm Wasser, Aquadragons-Eier und in nur wenigen Tagen... Warum? Fütter sie und beobachte sie beim Wachsen in ihrer prähistorischen Unterwasserwelt. Aquadragons aus der Jura-Zeit. Lass lebendige Haustiere ausschlüpfen. Aquadragons!